Gemütliche Lagerfeuer und Grillabende mit ihren Freunden. Mit dem robusten Landmann Feuerkorb aus pulverbeschichtetem Flachstahl können sie beides erleben. In einem stabilen Karton geliefert ist der Feuerkorb innerhalb kürzester Zeit mit handelsüblichen Werkzeugen aufgebaut. Setzen Sie Grill und Feuerrost in die Feuerschale ein, haben Sie im Handumdrehen einen vollwertigen Grill mit großer Grillfläche. Der große Feuerraum mit einem Durchmesser von 50 cm und einer Höhe von 68 cm ermöglicht nicht nur schöne, sondern auch wärmende Feuer. Die große Bodenplatte schützt ihren Terrassenboden vor Funken und Glut. Genießen Sie nette Abende mit Ihrer Familie und Freunden bei Lagerfeuer und Gaumenschmaus mit dem Landmann Feuerkorb.